hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen video ungeplant heute der beginn aber ich habe jetzt gerade ein dezentes päckchen bekommen wollte euch nur mal schnell den überblick zeigen weil ich habe ja schon weihnachten gesagt wo ich den adventskalender von gut 7 nutrition hatte dass ich da unbedingt mal bestellen möchte und ich bestelle eigentlich immer bei protis habe es dann auch zwischendurch wieder gemacht aber jetzt konnte ich mich aufraffen und habe bei gazetten bestellt halleluja eigentlich nur süßkram und herz ist nichts gar nicht verkehrt wobei heute ist ein tag da gibt es jetzt nur müll ich komme jetzt gerade von der arbeit zehneinhalb stunden packen das ist der wahnsinn im moment dann habe ich mir das tortillas mit käsesoße geholt und dazu eine müllermilch weiße schokolade vorbildlich und da wunderst du dich dass du nicht in shape kommst ja aber gut wir haben wieder ein bisschen motivation am start die meisten sachen kenne ich sogar davon hier das war mein absoluter liebling unbezahlte werbung ich habe selber gekauft und ich empfehle auch wirklich nur sachen die ich wirklich gut finde deswegen sage ich zu dem anderen nichts aber dies das habe ich inhaliert das habe ich mir meine latte reingemacht das habe ich mir in mein joghurt reingemacht pullen wollte ich schon sagen joghurt im quark in selbst in haferflocken habe ich mir das reingehauen also es war wirklich toll ich muss auf couch die hatte ich die sind wirklich wie hanuta die hatte ich auch die sind wie kitkat also die süßigkeiten waren wirklich klasse davon das ist jetzt die riege wo filme ich muss nicht die ganze zeit mich filmen die soßen sind jetzt mal gerade schöner hier das muss ich alles noch probieren da gebe ich aber auf jeden fall bescheid das soll für getränke sein wie fanta und himbeer sirup auch für mich nicht schlecht weil ich leider kein wassertrinker bin und da nicht vorbildlich ich trinke echt viel energy drinks und cola zero also kaum wasser deswegen damit aufpeppen und das hier sind ganz dezente kartons mit protein chips die finde ich mega mega geil beide sorten paprika und saw cream es gibt noch krieg style die waren leider nicht lieferbar aber was soll ich mit der tüte kam nimmt den ganzen karton 24 tüten der monat hat nun mal 30 tage das sind zwei monate ist dann weg egal ich werde mir jetzt erst mal nachher sie apropos also damit ihr euch mal nicht wundern ich mit meinen vorbildlichen flog schon so das ist gleich mein abendessen die chips habe ich schon erwähnt mit der käsesoße und ich habe knoppers erdnussriegel also leute total das desaster am start aber nach solchen tagen muss das sein so ich werde jetzt mal hier aufräumen meine pizza machen oder was auch immer internet so hatte ich noch nicht ich teste alles ob healthy oder unhealthy ich melde mich dann am nächsten tag oder irgendwann mal wieder wenn ich wieder normal bin obwohl wann bin ich normal das nächste paket ist da und das ist jetzt das da habe ich echt lange drauf gewartet das kommt aus miami das paket und zu corona zeiten dauert ja irgendwie alles doppelt so lange ist gerade hier schon aufgerissen pineapple closing ich habe vor zwei oder drei videos habe ich mal erwähnt dass ich jetzt eine kooperation mit einer firma eingegangen bin das sind sie ich werde sie aber erst testen wie sie sitzen gucken und euch dann was dazu sagen ich habe sie gerade schon aufgemacht also vom look her finde ich die klamotten mega das sind prinz die findet man so nicht ganz ausgefallene knallbunte sachen aber auch schöne einfarbige mit glitzer mit allem das ding ist nur ich habe hier ein bisschen kräftigere oberschenkel deswegen habe ich jetzt erst mal relativ neutrale sachen ausgesucht um zu gucken wie das sitzt und betont war an die ganz bunten sachen dann wirken breite oberschenkel noch breiter ich bilde mir das ja immer ein das wäre jetzt auch die firma wo ich einen rabattcode für euch habe aber wie gesagt ich teste das jetzt erstmal ich sage meine ehrliche meinung dazu das ist jetzt ganz krass also ich kann euch mal so ein paar bilder gleich einblenden von den klamotten die ich echt mega finde wo ich mich noch nicht dran getraut habe aber was nicht ist kann ja noch werden also das ist jetzt eine legge wie süß also die schildchen sind ja schon niedlich ne und das hier ist sogar ein set we want to see you as happy been pine apple ja ich werde es mal anprobieren und euch dann was dazu sagen wie sie sind wie blickdicht sie sind was bei mir wichtig ist dass es über den bauchnabel geht damit das ne mädels verstehen was ich meine ich stehe nicht auf hüfthosen aber bevor ich das mache frühstücke ich jetzt ja ich komme jetzt gerade vom kleinen familienausflug wir haben uns modellpfleger angeguckt und da das so schnell alles ging habe ich noch nicht gefrühstückt gehabt es ist jetzt gleich zwölf uhr ich frühstücke und wenn dann die leggings passen dann ist das bohle hose nummer eins dreiviertel hose aber jetzt muss ich mal gucken sieht man das das ist so ein leicht glänzendes material sitzen ohne scheiß da bin ich ja echt begeistert ja toll jetzt ignoriert die wanke so richtig hoher bund so mag ich das ich mag das nicht wenn das hier unten sitzt und beim laufen beim training immer so der bauch über den bund krabbelt also die gefällt mir schon mal richtig richtig nice die farbe sowieso mega das hier ist noch der ultimative belastungstest gemacht blickdicht ist sie ich habe jetzt gerade sämtliche verringung vom spiegel gemacht funktioniert ich packe euch den rabattcode unter das video wer interesse daran hat inklusive seite link und co gedönst ich bin nicht der mensch der für werbung gemacht ist aber die sachen wie gesagt optisch da war ich schon total verliebt und ich muss sagen vom sitz vom look her wenn man es in der hand hat 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 schon was also wer so wie ich so einen kleinen leggings sportkermotten fetisch hat ist da gut beraten sie hat den test bestanden sie ist hier oben geblieben so ein bisschen bauchschmeichler weil der bund so weit hoch sitzt drückt ihr so ein bisschen die wumpe weg egal ich verlinke euch unten alles ich werde euch den rabattcode dazu legen wer möchte kann schauen wenn ich nicht der überspringt dieses kapitel egal ich freue mich auf jeden fall so jetzt gehe ich schnell duschen und dann muss die wumpe ja auch mal wieder gefüllt werden wie das hier schon wieder aussieht also ich habe wildkreuze salat ich muss ja mittag und abendessen nach oben nachzwiebeln afrikadellchen und scherps käse rosmarin kartoffeln in the making deko steht fertiges salatpressing geht ja gar nicht ist aber lecker das ist jetzt meine salat kiste aioli und kartoffelcreme verläuft bei mir das lasse ich mir jetzt schmecken nachdem ich endlich das foto gemacht habe und ansonsten das ist nix aufwändiges nix ich hatte jetzt keine lust mehr zu kochen oder groß was zu machen das sättigt ich bin gleich proppe voll und ich habe noch eine portion kartoffeln da die auch dran glauben werden das reicht und hältst du salat muss auch sein ich muss gleich erst mal die fliege hier haben guten morgen leute das nenne ich mal frühstück deluxe also wenn ich hiermit fertig bin platze ich aber ich habe versprochen bescheid zu geben wie das hier alles schmeckt wie ich das finde also nutze ich jetzt dieses frühstück zu den klamotten von pineapple kann ich sagen ich habe sie jetzt schon zweimal gewaschen die einhose sogar dreimal alles gut von der größe her auch ich habe größe m genommen hatte erst angst ob das nicht zu eng wird nein dehnt sich fantastisch passt sich an also kann ich nichts schlechtes sagen so ich versuche das jetzt hier mal schnell abzuhandeln das habe ich ja schon gesagt das war schon immer mein favorite ist in meinem kaffee super lecker gerne die chips die schokoladen die kannte ich ja auch vorher schon für gut befunden so wo fange ich denn jetzt an ich habe jetzt mal hier diesen getränkesirup ne testen wir den ja schmeckt wie himbeersirup no sugar zero calories dem gebe ich einen go wenn ich dran denke dass ich das alles rein knollen muss orange test habe ich ein bisschen zu stark angemischt ja schon süß stoffig hat was von fanta zero wirklich fanta zero ja kann man sagen ein bisschen weniger vielleicht rein machen ja fanta zero dennoch himbeer wäre bei mir an erster stelle so habe mir extra rührei gemacht mit soßen rührei mit soßen ist eigentlich pervers so wir testen jetzt die sweet curry soße auf rührei oh riecht aber voll nach curry geil auch null fett null zucker geht voll klar wie curry soße ein bisschen süßer ja man darf sich nicht vertun leute die so nutrition toys noch nicht so kennen es hat alles so leichten touch von süßstoff nicht direkt süßstoff aber man merkt halt es sind austausch klamotten drin nochmal curry ja dem gebe ich ein go dann kommt jetzt sweet ketchup am frühen morgen egal ja auf jeden ketchup gibt es da so ein light ketchup von Heinz oder was ist das was rein gut nehmen wir auch oh ich freue mich normalerweise hat man ja immer einen so richtigen Klogriff dabei bis jetzt nicht jetzt kommt Steaksoße wo ich doch keine Steaks esse aber gut ein bisschen Abwechslung hat so ein bisschen rauchiges Aroma ja der Mann von meiner Freundin ist da wohl sehr begeistert von oh die ist auch scharf ist scharf aber die ist jetzt nicht meins low sugar no fat 100% taste also ist scharf, ist würzig nicht so wirklich meins also das würde ich mir zum Beispiel nicht nochmal bestellen da bin ich froh, dass das dann eine Gratisprobe war so vom Rührei mit Ketchup kommen wir jetzt zum süßen Quark ist auch schön, dass ich euch jetzt hier einen vorschmatze fangen wir an mit der Strawberry Soße jetzt müsste ich eigentlich auch verschiedene Löffel nehmen oh es riecht auf jeden Fall sehr nach Strawberry Erdbeer oh man verenglischt alles sehr erdbeerig nicht so süßstoffig wie die von Prozies muss ich jetzt sagen also da gewinnt God 7 Nutrition oh alter Schwede ich bin eigentlich schon voll gleich Karamellsoße Karamellkante ja voll die Karamellnote auch nicht so mega süß wie die von Prozies also Prozies ist schon extrem süßstofflastig das let's go Joe sauber sehr gut so und mein letztes Quark Dingens ich wollte mich beeilen ist jetzt das Cherry Cream Flav Powder boah es riecht auch voll kirschig sehr kirschig auch also das wo es draufsteht ist drin halt so ein bisschen was wer kennt das von früher Quensch Kirsch ja sehr geil so habe ich jetzt alles durch habe ich also alles gut wie gesagt Steaksoße ist Geschmackssache nicht meins aber kann man auch essen so dann werde ich jetzt den Rest in Ruhe noch einschaufeln das war es für diese Woche also es wird jetzt nicht öfters oder regelmäßig Werbung kommen ab und zu vielleicht mal wenn ich mal eine neue Hose bestellen sollte oder wieder Holz ganz normal die normalen Holz sind ja unbezahlt ich will euch jetzt auch nicht mit Werbung zuballern aber das musste jetzt mal sein und so ein Resümee von so Klamotten ist auch nicht verkehrt dann sage ich ich wünsche euch eine erfolgreiche schöne Woche macht's gut ihr Lieben und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal